Mahlzeit und Willkommen zurück auf der Dreamcast, wo ich jetzt gerade morgen noch alleine hier sitze. Die Leia, die ist gerade noch am Arbeiten, die braucht noch ein bisschen und das andere Kind wird noch hinter mir. Wartet bis es vielfältig geladen ist. Wartet bis es vielfältig geladen ist, aber nein, nicht das Code Veronika, sondern die spielt irgendwas an. So, ich bin noch mal so dreist, ich fange dann schon mal an. Eigentlich fange ich mal an. Was geht denn, wenn ich mehr von dir tue? Ja, trinke mich. Resident Evil. Meinst du, dass der Kanadienst wurde, nehmt's mir zu, ja? Ja, die sehen. Ich hab jetzt mal Hallos an. Hi. Wir haben einen Zuschauer, man klopft, komm. Wow. Er meldet sich zwar nicht. Ist jetzt gar ein Wort. Guck mal, die 3 zeigt an, dass das das Spiel ist, wo man es dort schon gehört hat. Ja. So, aber bevor wir das jetzt hier machen, mach ich noch kurz was anderes, und zwar Vibration. Oh, oh. So. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, das sagt ja alles. Ah, ich mach Vibration nicht an, guck mal grad den Kost, da ist noch so dick. Äh, halt das. Okay, dann mach die beiden Dinger wieder weg, dann ist es halt auch leichter. Oh mein Gott, wenn ich so eins mache. Tick, tick, tick. Doch, wir brauchen Bräule. Ja. Willst du? Warte, 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 nicht so verstrichern, dass die etwas hatten. Okay. Die Tochter hat die Steuerung übernommen. Du wart den Toaster. Der Toaster hat die Toaster übernommen, von mir so dass. Fast. Was könnte denn da lustig sein? Ich hab's teilweise griffentlicht. Ja, die ganze Woche nichts anderes gemacht, wie von diesem Spiel zu träumen und der tolle Steuerung. Äh, was ist denn das da? Wir haben keine Bräule? Nee. Dann haben wir weiter hier an. Haben wir irgendwas Heilbares? Nee. Okay. Warte mal ab, aber. Diese, diese Animation, siehst du das? Tür Simulation. Das stimmt. War du gute Idee? Ja. So, ich denke mal, dürft ihr jetzt hier eigentlich wieder unser Kram holen können? Ach, das sind die Farbbänder drin. Ähm. Man stellt das, äh. Das Farbband musst du durchblählen. Das Ding können wir behalten. Das haben wir mit diesem Spezialzeug doch gedruckt. Ja. Was geil nach ist, als ich hier rauskam, ist halt noch niemand an der, also die Arkadiener haben gedacht, dass ich mal direkt drüber bin. Jetzt hab ich zwei Stück rumstehen. Äh, ich nehm mal dahinten, sind Zombies. Ich mag nie. Pass los einfach. Ja, nach Richtung. Achso, ja stimmt. Oh ja. Wozu hab ich sonst zugewacht? Ich hab teilweise die Steuerung im Griff. Oh, hallo. Ich hab nicht. Nein! Ich geh wieder. Was willst du auf Marvel? Offenlich zu s- Ja, äh. Voll. Okay, viel Spaß. Weil, ich mach das nicht ohne Waffen nicht. Sie sind tot. Komm mal. Machst du das nicht ohne Waffen nicht? Genau. Keine Waffen, kein gar nix. Der reißt auch, Gott. Oh, shit, schlauer. Ich kann mit derjenigen gerne das Zeug in den Kopf... Ich kann mit der... Oh, stop mal. Ich kann mit der Brille. Nein, ich kann mit der Brille. Nur, der Farbband ist weg. Ich bin da vorne. Ich kann mit der Brille. Ja, ich hab zu viel FNAF gestealt. Bitte weiter geguckt. Ja, ich hab zu viel FNAF gestealt. Bitte weiter geguckt. Einfach durchs Rennen. Bonsoor. Natürlich überlebt er das. Jetzt brauch ich mal was hier drin ist. Nix, außer sei tot. Ich will ja nichts sagen, aber im Gegensatz zu dir, habe ich das Spiel jetzt zum ersten Mal gespielt. Warum habe ich jetzt gelogen? Soweit du Schwestern hast, ist es heute jetzt das zweite Mal, wo du spielst. Ja, aber von dem Spiel ist er selbst mal versucht durchzuspielen. Ich weiß nichts von diesem Spiel! Außer ein paar Charakteren, bis man in der Zombie-Aukalypse rumrennt und in anderen Teilen noch irgendetwas anderes wiederkommen. Ey, geh mal rückwärts! Ja, das ist der Plan, damit das zugeht! Warte, hab's an! Ich geh nicht! Fast geschafft! Hallo! Da hast du noch Schulfahrt hier haben wollen? Bis morgen, ciao, ciao. 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 Hi. Ah doch, ja! Ach doch, da war was. Beimon함, oder? Ah, da ist was, beginning, oder? Ah ja. Mein Name hat Voice 그�by, ja... nach Jahn kommt! Ach, ich warte Ah, ein Name derède. Oh, das Ding haben wir auch. Hundebereit, glaube ich. Habt ihr die Hunde nicht getötet? Getötet? Ich hab's nicht getötet. Nee doch, ich hab dich getötet. Er hat ihn getötet. Was kommt? Nee, ich hab's getötet, alles gut. Oh, nö. Äh... Das ist keine Waffe. Vater hat Arme. Heute ist so Interesse dran. Ich hab's nicht getötet. Ich hab's nicht getötet. Ich hab's nicht getötet. Ich hab's nicht getötet. Okay, wir verzweifeln derzeit. Schuss. Ach, Schuss. Du kannst es auch halten. Ja, aber das hat eine unendliche Munition. Wir brauchen Munition! fromm! Bara, Ich komm mir erst so vor wie ein äh, äh 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 Ähm äh äh, Alien als Oletjenbischchen. Dass ich es hab noch Superarbeit gespielt. Weil ich nur zugehört wie er leidet. Ich bin davon aus, dass die Zombies irgendwo mitzubringen, dass es drin war. Keine Ahnung, ich habe... Wir sind bereit für die Armee der Zombies. Glaube ich. Wir sind bereit für die Armee. Der ist ja wichtig. Ich bin ständig zu spüren. Ich weiß, es kommt so ein Steven hinter dir. Ich bin bereit für die Armee. 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 Ah, guck mal! Aha! Hau's rein! Uh! Schau mal, vielleicht kann man die kombinieren. Kannst du die versuchen zu kombinieren? Das ist okay. Das ist okay. Das hat man auf dem Platz und zweitens... Das hab ich noch nicht. Ja, hat man jetzt mehr Heilung. Einmal reinhauen. Ja, ich hab halt... Das... Ja, es geht in jeden Teil. Glaub ich. Ja, das ist jetzt einfach nur vom dritten her. Ah, man kann springen. Ne, warte, man kann nicht springen generell, aber man kann springen, wenn man's muss. Ich glaub, so war es. Aber nicht Salz sind. Vergelaufen. Die Fanzerweg! Da ist weg. Ich hab da nochドン dich zu spüren... Der ist ein Sauen. Das ist ein Nation. Es stimmt ein mistakes zu, den alrededor kann man so. Tun da... Tun da... ...un... Lade mit dem Simulator! Lade mit dem Simulator! Lachsinn! Lass die beiden abs! Nein, tot! Nein! Ah, ne, warte, gleich noch nicht tot! So schon! Es jammert noch! Ich glaube, es kann sein, ich habe jetzt leer dringen, irgendwann. Ja? Das ist gut! Das macht mir Angst! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Ne, hier! Vorsicht, da kommt so ein Wick! Da war ja so richtig! Da haben wir so ein kleines Problem! Trotzdem! Wo war jetzt auch keiner der Filme gesehen! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gut! Ich bin jetzt gut! Das ist 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 gut! ja ich unterhalb der rücken sie sich anstatt es war aber ich brauche eigentlich eine farbe ich habe einen Fernseherentzellen ok wie? gar nicht aha der Blut steht da hinten! ok? ich sag jetzt so Tod ich hab keine Ahnung wie denkst du ich? das grüne sind wir eine wand darauf wird wenn ich sterbe keine schlester rote hat auch keine pfanne Oh, rotes! Äh, das Warte, ähm Ach, das gucken wir uns Ja, wow! Das wird wahrscheinlich Bär leer, aber Das muss man kombinieren mit dem Grunen, das weiß ich zumindest Was machen wir eigentlich mit dem Feuerlöscher, ist doch noch was drin Ne, Feuerlöscher? Ne, leer Warte, schmeißen Ah, okay Aha! Wir können den noch brauchen Wir brauchen einen Bogen Ach, was du denn jetzt sagst, was machst du? Schmeißen Wie so ein Bär Okay, willst du wieder beim anderen? Ja, mach ich wollen Keine Ahnung wo wir hin müssen Keine Ahnung wo wir hin müssen Da ist eine Tür 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 Ja selte Und mit dem andere kannst du dann die Diele lebt Echer Das geht zum Sterbe Ja, wir... Was ist denn da?